Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast, eine UFC Fight Night steht vor der Tür, Rosenstrike vs. Augusto Sakai, deshalb gibt es hier die Vorschau für das UFC Wochenende, viel Spaß dabei. Lasst vorab aber gerne noch einen Daumen nach oben da oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes oder eben klar auch ein Follower bei Spotify. Jetzt kommen wir zu, der Sinso Rosenstrike vs. Augusto Sakai, das Main Event, der kommenden UFC Fight Night Samstag auf Sonntag und ich bin ehrlich, begeistert bin ich jetzt nicht. Die Main Card liest sich wie die Prelims, ich denke nur die allerwenigsten kennen die meisten Kämpfer hier. Ich lese euch mal die Main Card vor. Wir haben Tom Breeze gegen Antonio Arroyo, wir haben Dusko Todorovic gegen Gregory Rodriguez, wir haben Santiago Ponsinibio gegen Miguel Baeza, Roman Dolizze vs. Laureanos, Darapoli und Walters vs. Marcin Taibura und eben Main Event Rosenstrike vs. Augusto Sakai. Und wenn ich die ganze jetzt aufarbeiten müsste, ich kenne Santiago Ponsinibio, ich dachte vor einigen Jahren tatsächlich noch Ponsinibio, das ist der zukünftige Champion im UFC Welterweight und er hatte einen guten Lauf. Er hat 2016 zwei Siege eingeholt, 2017 drei Siege, 2018 einen Sieg und dann drei Jahre Pause gemacht. Drei Jahre hatte er Verletzungspech, hier eine Pause, da wieder verletzt, obwohl er zurückkommen sollte und dann kämpft er eben erst im Januar 2021 wieder und hat diesen Kampf in der ersten Runde verloren. Er wurde gefinisht gegen Yingliang Li. Jetzt kämpft er gegen Miguel Baeza, ich kann mir vorstellen, dass Ponsinibio das gewinnt, aber drei Jahre Pause, er ist 34 mittlerweile, aus ihm hätte wirklich was werden können. Er hat gegen Mike Perry gewonnen, gegen Neil Magny, Kampf gegen Robbie Lawler ist ausgefallen, also aus ihm hätte wirklich eine große, große Nummer werden können. Topology rankt ihn als Nummer 14 der Welterweights weltweit ein. Ja, mal schauen, was daraus wird. Dann haben wir ebenfalls Walt Harris gegen Marcin Taibura. Walt Harris steht 13 zu 9. Ein wirklich kein guter Rekord, hatte zuletzt zwei Niederlagen, einmal gegen Overeem, dann gegen Volkov. Walt Harris erlebt aber auch eine Familientragödie, seine Stieftochter wurde entführt und ermordet, ganz, ganz traurige Geschichte. Er möchte aber weitermachen und ich weiß noch, wie emotional diese Niederlage gegen Overeem damals war, weil das einfach der erste Kampf von Walt Harris nach dieser Tragödie war. Gegen Overeem hat Walt Harris gar nicht mal so übel ausgesehen. Also Walt Harris stand sogar kurz davor, Overeem zu finischen. Overeem hat überlebt und das Problem war dann, dass Walt Harris bei diesem Versuch, Overeem zu finischen, sich so verausgabt hat, dass er nun mal, ja, keine Ausdauer mehr hatte. Gegen Volkov sah er nicht gut aus und jetzt schauen wir mal, wie es gegen Marcin Taibura aussieht. Taibura hat zuletzt gegen Greg Hardy gewonnen. Und im Main Event haben wir Rosenstreich vs. Sakai. Beide gehen mit einer Niederlage in diesen Kampf rein. Deshalb war ich auch so überrascht, dass die UFC das hier als Main Event bucht. Beide sind nicht in der Top 5. Rosenstreich hat zwei von seinen letzten drei Fights verloren. Einmal dieser 20-Sekunden-Finish von Nganu, dann ein Sieg gegen Junior Dos Santos und zuletzt gegen Cyril Ghan. Das gegen Cyril Ghan war ebenfalls ein Main Event, 5x5 Minuten und war eine Nullnummer von Rosenstreich. Also Rosenstreich hat in seinem Fight gegen Ghan absolut gar nichts gezeigt. Sie sah gar nicht gut aus, hat sich danach auch öffentlich entschuldigt für seine Performance. Und Augusto Sakai, der hat zuletzt gegen Alistair Overeem verloren. Also ziemlich spannend. Die UFC macht das eigentlich ganz, ganz selten, dass sie Verlierer gegen Verlierer Main Eventen lassen. Wir reden ja immerhin von dem Main Event eigentlich dem Hauptgrund, warum die Leute einschalten sollten. Bin gespannt, wie viele Zuschauer das Ganze erreichen wird. Sonntag haben wir dann Floyd Mayweather gegen Logan Paul. Das Ganze aber Sonntag auf Montag. Deshalb gibt es Sonntag die Episode mit der Vorschau für Mayweather vs. Paul. Ultimate Fighters gestartet. Ultimate Fighter läuft auf der Zone. Das Ganze wussten wir in der letzten Episode noch nicht. Jetzt wissen wir es. Tuff läuft auf der Zone. Hier im Mittwoch ab 8 Uhr gibt es eine neue Episode. Brian Ortegas Team konnte den ersten Sieg einfahren. Brian Ortegas Athlet konnte den Athlet von Alexander Wolkanowski via Submission besiegen. Was auch sonst. Brian Ortega, Jiu-Jitsu, klar. Schaut euch gerne Ultimate Fighter auf der Zone an oder auch die kommende UFC Fight Night. Das Ganze gibt es wie immer mit einem Gratis-Monat in der Insta-Story von Wheel of MMA. Einfach gerne Samstagabend die Insta-Story von Wheel of MMA abchecken. Und dann würde ich sagen, hören wir uns am Sonntag wieder mit der Vorschau zu Floyd Mayweather vs. Logan Paul. Und natürlich auch mit dem Review zu Rosenstrike vs. Sakai. Wir hören uns am Wochenende. Folgt Wheel of MMA auf Instagram. Und damit bis bald. Und damit bis bald.